Erste, letzte Menschen. Gott arbeitete an einem Körper in Rohform und er fühlte sich von dem Bewusstsein unter Druck gesetzt. Also schuf er in einem Anfall von Ultragottigkeit sozusagen, Millionen von Lebewesen, setzte sie auf die Erde und baute noch eine Landschaft dazu. Wieso offenbarst du dich hier auf dieser Bühne? Das erste Mal. Ich dachte, es passt heute Abend hier zu sein. Ich wollte mich mal zeigen. Ich dachte, ich bin gefragt. Warum sind Menschen böse? Ist man, was man tut? Ist man das, was man sagt, erzählt? Ist man seine Geschichte? Ist man letzter, erster?